Ihr Lieben, der Fall Gianni Tempel ist wichtig und er muss aufgearbeitet werden. Bitte unterstützt das. Hier geht es nicht nur um einen einzelnen Fall, auch um eine Struktur und ein System, das diesen Fall, diesen Missbrauch erst möglich gemacht hat. Es geht auch darum, wie wir mit MeToo umgehen.